Sie haben gehört, dass Datenbanken für die Recherche äußerst nützlich sind und möchten diese an der Hochschulbibliothek der EVH finden? Kein Problem! Sie können nach Datenbanken im Datenbank-Infosystem DEBIS an der EVH suchen. Das DEBIS ist ein Suchsystem nach wissenschaftlichen Fachdatenbanken. Es wird deutschlandweit von vielen Hochschul- und Universitätsbibliotheken zur Darstellung der eigenen lizenzierten Fachdatenbanken genutzt. Datenbanken kann man sich wie digitale Bibliotheken vorstellen. Man findet dort Bücher, Zeitschriftenaufsätze und in bestimmten Datenbanken auch Statistiken. Mit ihren umfangreichen verschiedenen Dokumententypen stellen Sie eine gute Möglichkeit der Einstiegsrecherche für ein Thema dar. Sie finden das DEBIS auf der Bibliotheks-Homepage unter Angebote, Fachdatenbanken und dann einfach den Begriff Datenbank-Infosystem im Text aufrufen. Beachten Sie bitte, dass Sie in DEBIS lediglich nach Datenbanken recherchieren können, nicht nach den Inhalten von Datenbanken, wie zum Beispiel Zeitschriftenaufsätze oder Bücher. Dafür müssen Sie eine bestimmte Datenbank aufrufen. In DEBIS können Sie für die Suche nach Datenbanken das einfache Suchfeld benutzen, indem man beispielsweise einen bestimmten Titel oder ein bestimmtes Thema eingibt. Über die Fachübersicht können Sie innerhalb eines Fachgebietes stöbern. Außerdem können Sie auch eine alphabitische Liste fachübergreifend von allen in DEBIS vorhandenen Datenbanken zum Stöbern aufrufen. Neben diesen Suchmöglichkeiten gibt es noch die erweiterte Suche. Hier können Sie mehrere Suchbegriffe aus verschiedenen Kategorien, wie Schlagwort, Titelanfang, Verlag etc. eingeben. Außerdem lässt sich die Suche nach Fachgebieten, Datenbanktypen, Art der Nutzungsmöglichkeiten und Auswahl nach Regionen einschränken. Wenn Sie die Suche via Stöbersuche im Fachgebiet starten, erhalten Sie eine Übersicht von sogenannten Top-Datenbanken. Diese sind ausgewählte Fachdatenbanken der Bibliotheksmitarbeitenden und werden für die Recherche als besonders nützlich erachtet. In der Trefferliste haben Sie in DEBIS für jeden Datenbankeintrag eine unterschiedliche Kennzeichnung. Diese Kennzeichnungen werden im oberen Abschnitt erläutert. Es ist Folgendes Wichtiges zu beachten. Datenbanken mit einer gelben oder grünen D-Kennzeichnung können entweder in der Hochschule aufgerufen werden oder außerhalb der Hochschule mittels Bibliotheksnummer und Passwort. Datenbanken mit einer reinen grünen Kennzeichnung sind frei verfügbar und können von jedem internetfähigen Rechner aufgerufen werden. Des Weiteren ist ebenfalls wichtig zu beachten, dass in der DEBIS-Sicht der EVH nur frei verfügbare und lizenzierte Datenbanken angezeigt werden. Keine Datenbanken, die nicht verfügbar sind. In der Detailanzeige erhalten Sie umfassende Informationen zur jeweiligen Datenbank, wie zum Beispiel eine Inhaltsbeschreibung oder der Datenbanktyp, der den Umfang der enthaltenen Informationen beschreibt, also ob man beispielsweise Zugriff auf Volltexte hat oder nicht. Über den Link Recherche starten gelangen Sie direkt zur Datenbank und können nach Ihrem Thema nach Aufsätzen und anderen Dokumententypen recherchieren. Über Bibliotheksauswahleinstellungen ist es möglich, eine DEBIS-Sicht einer anderen Hochschul- oder Universitätsbibliothek einzustellen, wie zum Beispiel der Ruhr-Universität. Man kann dann in der veränderten Sicht sich anschauen, welche Datenbanken die jeweilige Bibliothek lizenziert hat. Damit sind wir in diesem Tutorial am Ende angelangt. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.